Musik Ein Glück, du bist endlich da. Ich wusste nicht, dass bei dir zu Hause eine Fete steigt. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Und das ist eine Farce, keine Fete. Ja, stimmt. Sieht aus wie eine Versammlung der Loser. Genau. Gehen wir. Warte mal. Bist du sicher, dass du nicht hier bei deinen Freunden bleiben willst? Oh, du hast wohl einen Clown gefrühstückt, Emilia. Ich denke im Leben nicht dran, mich länger in diesem Haus aufzuhalten. Dann los. Na du? Willst du etwa gehen? Ja. Klar will ich gehen. Was soll ich denn hier? Mit mir tanzen zum Beispiel. Na, wer hat jetzt Angst? Na, wer hat jetzt Angst? Hey. Hey. Wir sind heute noch gar nicht zum Reden gekommen. Oh. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Wir sind heute noch gar nicht zum Reden gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020